Ich habe am Schluss gesehen, wie du unbedingt noch das Goal schiessen wolltest. Du hast gekämpft! Ich wollte es, ich wollte es wirklich. Aber ich habe gesehen, als wir ins Penaltenschissen gekommen sind, Nils hat einfach nur noch gelacht. Ich wusste, wie er zu entscheiden ist. Ja, was willst du wissen? Ja, was willst du wissen? Ja!